Jetzt hat der andere schon wieder geheissen Ah shit, fällt mir den Namen nicht mehr Kannst du mir ja nicht verbieten Der packt mich sicher wieder Ich lad so viel Moment Ich lad so viele unter mich wild Stimmt da läuft Ja noch ein Download Bei mir, sorry Was ihr für schlimme Finger seid 42 Kekse, cool Jetzt geht es wieder Und ich hab gutes Inet Jetzt geht es wieder Redbull weisst du so schnell Ne, ich glaube das ist auf den Pack mich nicht Pack mich nicht Ab den 600 Kommentar Yes 34 Zuschauer auch Juhu Das ging Mehr so 10 Minuten oder so Wow 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 Ich hasse das Ich wusste es Bei den Szenen kommt mir immer Alice im Wunderland in den Sinn Ab mit dem Kopf Was Willkommen zurück Äh V Kong Z Ich sehe mich hier schon Rennen oder Verstecken Ich sehe es schon Ich sehe es schon Ich sehe es schon Ich sehe es schon Und jetzt Muss ich noch reinschauen Ne 17 Uhr 12 Isst mein Zitronenkuchen Mit Glasurfett Ooooooh Äh So geil Oh shit Oh shit Weg 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 Der sieht mich ja gerade Ich wusste es Ne Ich wusste es Ich wusste es Ich will Aus dem Fahrstuhl kommt bestimmt was Ja das ich zuerst auch Aber Der kann überall hin Zitronenkuchen mit Glasur Bringst du einen vorbei? Ich will auch ein Stück probieren Bestimmt lecker Also Hand rein Die Oma hat voll Ihre Tage 20% Heisst ich muss mich Verstecken Ich verstecken Achtung Fehler Bitte warten Sie bis die erste Person wieder hergestellt ist Ich hasse den Wie die immer wieder auf solche Monster kommen Wie die immer wieder auf solche Monster kommen Ich habe gedacht bis jetzt Ich habe alles gesehen aber Aber Da überraschen die mich jetzt wirklich mit dieser Laternen Energie 20% Und wenn du jetzt zurück kommst bin ich am Arsch Oh shit 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 Moment Moment Falls ihr mich schreibt Ich kann es gerade nicht lesen weil Ich bin jetzt voll konzentriert Ich bin jetzt voll konzentriert Oh shit Oh 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 Nee 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 Nie ich lese dann nachher wieder was ihr geschrieben habt super na klar jetzt geht das auch nicht mehr aber wenn der da natürlich macht das ihm nicht oh shit ich habe mich eingeschlossen ich habe mich eingeschlossen ja danke dir für dir für deine geduld los 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 lauf nein nicht wirklich oder ok weg weg willkommen ok ok ich habe ganz nasse ende noch ab willkommen bei uns sauberer sauberer verspringen so sie lieber unterkommen jetzt kommen wir das erste mal sicher mit unseren zwei anderen protagonisten in kontakt die sauberer ist für den arsch ja eindeutig ja ich muss das mit den follower dann ändern jedenfalls an alle die bereits ähm oder für den follow vielen dank ist das das erste mal dass ich dich treffen hallo hier bin ich das muss echt wirken ja 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 mal sehen wie loyal du bist wenn du die verhalt kennst ja 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 Shit! Ruhig, Ruhig ist da geil, der ist so... so heiss, ey. Ich finde den einfach auch geil. Nicht ganz so heiss, aber geil. Du bist ein Mädchen, oder was? Nächstes Kapitel. Wir kommen der Sache schon näher. Dengegen mit der Stimme anzulocken, habe ich bis jetzt noch nicht wirklich viel machen müssen. Stimmt, André. Vor allem auch 649 Kommentare. Wow. Ihr überrennt mich ja. Äh, ja? Sieht man doch am Namen. Romir, mach mal ein Skinschaft davon. Genau. So, hab's gemacht. Das lade ich dann auf Facebook hoch. Ist halt so ein Bub, du bist ein Mädchen. Das lade ich finde. Woof. Hallo, Assassine. Willkommen. Äh, ist der Fafuri nicht nach, der andere hier? Ah, Moment, Moment. Sie hat die Power der Taschenlampe. Und da. Da drinnen ist es sonst nicht mehr. Ich bin ein Mädchen schlimm, oder was? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich finde das so geil. Endlich, äh, ist die, äh, ja, genau, endlich ist die weibliche Quote umgestiegen. Eins. Äh, ist es möglich, dass es sogar noch ein paar mehr hat? Aber ich finde das wirklich voll geil, dass ich... Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Ruvik im Encephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Die Bolle auch. So geil. Ich vermute sogar, dass es noch... Im Moment drei Frauen vermutlich ist. Ähm. Oh mein Gott, was ist hier los? Keine Ahnung. Jomera, wo bleiben deine Manieren? Hab ich etwas verpasst? Willkommen an alle neuen Zuschauer. Ich sehe da etwas blinken. Eine Axt? Ein Zombie? Ernsthaft? Ich hasse das. In welchem Spiel warten schon wieder die unsichtbaren Zombies? Nein, 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 nein. Äh. Willkommen. Stellt euch auch vor, gibt es auch so Frauen, die sowas zocken? Beziehungsweise gucken. Das glaube ich sofort. Ich finde es einfach so geil, dass ihr bei uns jetzt hier im Stream gelandet seid. Manieren gegenüber Frauen. Euch? Du sagst es... Du sagst es Bolle. Yeah. Ähm. Blablabla. Feierkicks. Genau. Hallo zusammen. Jetzt was kann ich mit dem machen. Ist gar nicht cool. Ich finde es gar nicht cool. Nein, 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 nein. So, einmal ducken, einmal warten. Ich habe es nämlich nicht gelesen. Wieder einmal. Der kann ja hier nicht mit. So. Wie kann ich da rüber? Ich möchte gerne die Axt auswählen. So, ich gehe wieder raus... äh, rüber zu Tashi. Yeah, nice. Romeo freut sich gerade so unglaublich toll, weil er heute einfach so viel Erfolg macht. Das ist so. Abartig. Ich habe gleich drei neue Rekorde. Frauen im Stream. Dann 600, fast 700 Zuschauer. Und 38, fast 40... Äh... 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 700 Kommentar natürlich. Und 38, fast 40... Dropkick. Scheisse. Scheisse. Äh... Gegenstand erhalten, was in einem Musikstück freigeschaut. Du kannst ja immer so einen Player... Ja, cool. Währenddessen. Ja, klar, komm. Komm. Ja, 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 ja.